Hi! Der Falke. Skyrim, Dark Souls. Scheint so, ne? Nein, oder was? Seid ihr darüber verärgert? Lydia hätte das gerne auch gesehen. Rest in Peace. Möchtest du? Ja. Ist da jemand? Alter, ist mein Wolf noch stärker als der vom anderen? Vor allem der ist sofort aus mir erwacht. Das heißt, das Ding ist so weiter aus stärker als dieser rote vom alten Fossil Kotlack aus dem letzten Part. Diesen alten Rentner da. Komischer Artefakt aus mehreren tausend Jahren. Vor Christus. Ja, man darf gerne Witze über alte reißen. Und auch wenn man selbst alt ist, solange man noch nicht mit einem halben Fuß oder mit einem Bein schon im Grab schillt. So, hier gab es eins der stabilsten Schilde ist sogar gegen Magie. Nämlich Iskramos Schild. Hier. Das ist echt ziemlich gut. Ist halt aber riesig. Also wenn ihr das zum Beispiel so benutzt, dann ähm... Also im First Person, dann blockiert das euch echt den Großteil der Sicht. Ja, rest in peace, Lydia. So lange ich halt nicht diesen einen Experten-Beschwörungszauber habe, kann ich dich nicht wiederbeleben. Aber ich glaube, die Leiche verschwindet nicht. Ich muss mir einfach nur merken, Iskramos Grab und da hinten Schilze halt irgendwo. Gut, gut. Habe ich kein Problem. Ich ziehe mal am besten die Rüstung an und aus. Also aus und an, damit ich wieder ein freies, sauberes Stückchen Laken über mich. Tragen kann. Diesmal hat es zum Glück nicht gebackt. Ich hatte schon so viele Spielstellen, da konnte ich mich nicht von Lyca Trompi wieder heilen. Und man kann auch die Hexenköpfe nur am Schluchtweier, Hexenzirkel oder wie das heißt, mitnehmen. Sich dadurch heilen. Also aus dieser ekligen Krankheit. Ampirismus muss man andersweitig heilen. Da ist es eigentlich ein bisschen komplizierter meiner Meinung nach. Aber man muss nicht extra hier diese Gefährtengilden machen. Das heißt, das erfordert nur eine Quest. Aber man wird auch nur durch die Gefährten zum Wehrwolf. Normalerweise. Man kann auch irgendwie anders, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin immer nur darüber zu einem geworden und habe es möglichst schnell wieder entfernen wollen. Meine eklige Krankheit. Ah, okay. Sonst ist hier nichts. Einfach raus hier. Schnell. Los. Oh. Schnell. So schlässig. Kommt man noch auf der anderen Seite raus? Ah, jetzt hat er auch einfach die andere Seite befreit. Können die Götter über eure Kämpfe wachen? Nochmal schnell durchklicken. Ähm. Ich habe Kotlack geheilt. Ja. Ihr habt ihm Ehre erwiesen. Selbst nach dem Tum. Mit deiner Arachnophobie. Ein würdiges Ende. Für einen würdigen Kumpel. Ja, für ein altes Fossil ist er gut zu fallen. So, was gehst du? Schwere Rüstung. Okay. Wenigstens bist du ein Mann der kurzen Worte. Auch wenn er alle ätzend... Wie, was soll denn das? Was habe ich gemacht, hä? Schläge oder was? Junge. Junge. Vergagte Munger. Komm, das Marskant hier. Du fickst nicht. Pass auf, was du laberst. Ja, kein Begleiter mehr. Das ist ein bisschen erleichternd, aber auch ein bisschen erschwerend, wenn es zu Herdringkirchen ankommt. Und hier, das habe ich in den meisten Spielständen tatsächlich verpennt, bis man es mir irgendwann geschrieben hat. Hey, da kannst du hoch, da kannst du raus. Kannst du hier diesen, ich glaube, Tierfreundschaft oder so gönnen. Einen der drei Teile von diesem Schrei. Ich glaube aber, dann gibt es hier auch eine Truhe. Meistens gibt es hier in der Nähe dieser Schreitafeln auch eine Truhe. Ja, genau, die Tierfreundschaft. Heider, woher ich das noch alles weiß. Ja, wenn man sowas weiß, sollte man sich Sorgen machen, dass man vielleicht ein bisschen zu viel mit dem Spiel... ...was zu viel Zeit aufgeopfert hat. So, da hinten ist die Akademie vom Winterfest, die habe ich nicht genau entdeckt. Theoretisch könnte ich richtig asozial sein, direkt... Ja, was heißt asozial, aber direkt die dann abschließen. Ich habe schon scheiße gebaut. Ich wollte eigentlich schon nach Winterfest, denn na egal. Ne, obwohl ist es besser, wenn ich da per Schnellreise hinfahre. Also, ja, hinfahre, genau. Was auch immer man mit Schnellreise macht. Fliegt oder reitet. Kutschiert. Okay. Ich suche diese... ...Markierung auf dem Kompass. Zu diesem Schifflein. Oh, ich hätte so gern Arzid als Stiefel, um über Wasser laufen zu können. Auch wenn ich dann kurzzeitig immer zu dieser schweren Rüstung dann changen müsste, aber dennoch. Okay, hier sind ein paar Schollen. Ruck. Bump. Bump. Okay. Äh, ich erkenne halt nicht so viel in diesem starken Sturm, aber es gefällt mir. Ach, das ist das unter Wasser, ja klar. Cool, cool. Ja, cool. Wo ist denn das? Ah, unter mir. Boah, ich sehe halt echt nicht viel. Ich sehe echt gar nichts, Mann. Da sind noch die Überreste. Ich glaube, in den Pilgergraben kommt man echt nur sehr gut mit dieser... ...Halskette zum Beispiel, Wasseratmung und so ein Stuff, dieser Ability. Kommt auch auf, schnell, schnell, schnell. Ah, ich bin schon draußen, sehr gut. Ja, was heißt schon? Ne, weil es ist echt ziemlich tief und da gibt es ein paar Sachen zu entdecken. Ist jetzt nicht allzu viel, aber... ...lohnenswert. Ja, da kommt man später mit der Fraktion hin. Muss man hin, hier hin. Oder war das? War das hier, 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 hier? Irgendwo in diesem Bereich. Erstmal will ich zum nächsten Bonfire, also Lagerfeil, mein erstes Flakon auffüllen. Leben aufheilen und... ...suchen, wer mich eventuell noch in einhändig skillen kann. Wow, ist das nice. Wenn ich dazu jetzt so ein... Wie ging das nochmal? TFL... Ach... Ne. TCL1? Kommt das schon auf. Ne, das war... Ne. Ne, Moment. Hä? On, okay. Ne, ne, du sollst sie schon da hinsetzen. Ich frag mich nur... Hä, das war... ...TLF oder TFL? TFL einfach nur? TLF? FLT? Äh, was gibt's noch? FTL? Ne, auch nicht. Ich guck halt, äh... ...im Internet schnell nach. Was hab ich vorher immer eingegeben? Okay. Das muss man machen. Müsste es sein. Moment, ich guck zurück auf mein Stoppuhr. So, sehr schön. Und dann... Boah, das wär übelst nice, Mann. Übertrieben nice. Einfach nur TFC? Ich mach's halt aus diversen Perspektiven. Ne? Ihr bekommt das schon mit. So entstehen halt unter anderem Thumbnails, Screenshots. Ich werd die sogar noch optisch ein bisschen überarbeiten. Moment, ich geh ein bisschen... ...so. Die Bottomless Box rechts. Oh, ich liebe diese Rüstung einfach auch. Die ist so geil. Huah! Ich bin gekommen. Tut mir leid. Und ja, Dark Souls, äh... Ja, meine Lieblingsspieler. Die Lieblingsspielreihe wird natürlich auch kommen. Na, was ist... Nee, ich... Nee, Lieblingsspielreihe nicht so wirklich. Aber eins meiner Lieblingsspiele. Es gibt halt so minimale Frustmomente. Ich kann halt nicht mich wirklich aufregen, wenn ich am Gegner sterbe. Ich sterbe vielmehr... Äh, ich reg mich eher auf, wenn ich irgendwo runterrutsche, runterglitsche, runtergeschubst werde. Halt grundsätzlich durchfallen. So, okay. Dann wird das auch mal erledigt. Ich würde sogar mal behaupten, das könnte ich sogar für mehrere Parts benutzen. Ach ja, und natürlich, ähm... Habe ich eben ausgeschaltet. Damit man auch das nicht sieht, weil das ja separat läuft. Das gehört nicht zum Wrichtigen hart. Perfekt. Ich müsste jetzt auch meine Dingens wieder komplett haben. Meiner ist das Flak... Ja, klasse. Ah, soll ich direkt mit der Magiergilde anfangen? Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen zu früh, ne? Weil das Problem ist... Ich möchte... Egal, wir... Aber wir machen es einfach, ne? Nee, nee, nee. Ich wollte sowieso jemaleres reininvestieren. Das war bei 40. Ach, Verzauberung will ich echt skillen. Also nicht die Talente, sondern einfach nur, ne? Leveln. Blocker. Noch eh ein Level. Wenn ich halt eine andere Animation für zwei Einhänder hätte. So Dual-Wielding. So ein Dual-Wield-Animationsmodus. Ich meine, es gibt welche, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. So... Ja, so aller... Gothic, ne? Gothic 2, 3. Also, mal kurz überlegen. Ich wollte... Ja, stimmt. Einhändig fehlen mir anderthalb Level. Weniger vielleicht. Ja, komm, wir fangen zumindest mal... Ja... Ja, doch, wir fangen einfach an. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Anlass finden. Ja, warum hasst man mich? Grundlos? Ich bin Bretone, verdammt. Was ist... Warum seid ihr... Nee. Ich weiß eigentlich, was das für ein Ort ist, aber egal. Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Ja, hab ich ja auch. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magie in Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des erkanen Wissens. Mhm. Kann ich der Akademie beitreten? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte den Willen der Anderen um mich... What the fuck? Ah. Äh. Ich möchte die Rätsel von den Tores lösen. Irgendwie interessiert mich alles nicht. Ich will ja eigentlich... Gibt's hier nicht eine Option, von wegen ich möchte Dungeons... Ja, siehste, bin ich was Neues. Ja, also. Das ist eine gute Option. What the fuck? Die nimmt das voll ernst. Ja, hallo. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er... Kann ich dich anbrüllen? Wenn ich alle Furchte da hätte, würdest du von der Brücke fallen und endlich Ruhe geben? Wobei, Pharrell, da ist richtig wichtig. Sie gibt etliche, ähm... Zerstörungszauber auf jeglichem Level. Nein, ich fürchte, ich weiß nicht. Ausgezeichnet. Shit. Der Furchtzauber hat schon vielen Illusionsmagiern das Leben gerettet. Wenn ihr ihnen auf das Segel hier am Boden wirken könntet, würdet ihr damit eure Kenntnisse unter Beweis stellen? In Ordnung, das kann ich gerne machen. Äh, nee, diesen Körper kenne ich nicht. Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkauft ich es euch gern, oder ihr versucht euer Glück bei einem der... Klar. Ja, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Wir brauchen ihn gar nicht einzulösen, wir haben ihn sofort... Äh... Furcht. 131. Willst du mich eigentlich veräppeln? Cool. Nein, ich hab grad 130. Was ist denn das? Ein Illusionszauber, ne? Ein, ähm... Was für einer? Unterste Stufe? Novi... Nee, Moment, Moment. Ich hab mich grad verguckt. Lehrling sogar. Heilige Scheiße. Ich kann's gar nicht machen vorerst. Äh... Ich hab aber bestimmt irgendwas... Ich hoffe es. Was mich, äh, pusht. Halt. Ähm, nee. Ah. Shit. Ich bin ganz kurz weg. Selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Wollen wir uns doch hier so ein Shop? Krall, krall da, da ist Haus. Nope. Oh Mann, und dann hast du gerade jetzt... Ist das dein Ernst? Äh... Wir kommen natürlich immer zum ungünstigsten... ungünstigsten Zeitpunkt irgendwo an. Ja gut, das reicht. Wir sind hier, um euch eine Lektion. Ein Raufbold? Cool. Was? Ihr kommt gerade ernsthaft hier rein. Um euch mit mir zu schlagen, oder was? Guck mal, deine Homies sind verschwunden und teleportieren sich hier rum. Die haben auf... Ihr könnt jetzt... Gar nichts Bock. Du kannst dich verbrennen, the fuck? Ihr geht jetzt besser. Hast du nicht gehört? Ihr sollt gehen, Mann. Ihr macht hier nur Probleme. Was ist passiert? Oh shit, oh shit, oh shit. Der lädt hier seine... ...extrem stärkere Power der Attacke auf. Was ist passiert? Ihr geht jetzt besser. Nein. Da wollte ich gerade noch schnell... Kacke. Kacke. Ihr geht jetzt besser. Damit meinst du aber bitte nicht mich schnitz, nitsch. Boah, ist das... Geil. Ich verkaufe so gut wie alles. Ich tue was... Zu mir bist du lieb, ne? Krims, Krams. Krims, Krams. Zumpfige Sachen. Hast du ja Bock auf dein Leben? Nein, es gibt natürlich nicht, ähm... Holy shit! Her damit. Aber was kann ich dir bieten? Ich kann dir... ...muss einiges bieten, aber ich meine jetzt bezogen auf sowas. Cool, cool. Ja, cool. Das behalte ich alles mal. Ah, ich hab hier noch Schriftrollen und so'n Schiss. Ich mach gleich wieder Plus. Ich bin schon im Plus, glaub ich. Kurz davor. Magelos. Ich hab doch irgendeine Waffe mal aufgenommen, ne? Na, egal. Du hast halt echt nicht so wirklich das, was ich haben möchte. Aber du hast tolle Sachen, muss ich schon sagen. Will ich mal gar nicht so abstreiten. Ich plünder. Ist halt nicht so cool, ne? Nicht so dufter. Aber danke fürs Einschalten. Ciao.